Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 34 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 990 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Näher Untertitelung des ZDF für funk, 2017